Das heißt, ich verändere den Alltag des normalen Mitarbeiters dadurch, dass ich sehr viele KI-Assistenten habe, die mich in meinem Doing unterstützen. Das KI-Thema ist ja für viele Unternehmen sehr wichtig. Wie ist Intellior im Bereich BPM und GRC KI-seitig ausgerichtet? Aktuell wirklich ein sehr großes Thema, ein sehr großes Feld. Und für uns als Intellior ist es vor allem wichtig, bevor wir jetzt wirklich zu sehr in diesen KI-Zug einsteigen, den Nutzen herauszustellen. Und das ist vor allem die Frage, die wir jetzt in diesem ganzen KI-Thema jetzt auch mit berücksichtigt haben, die wir mit wirklich vielen unserer Kunden auch durchgesprochen haben. Und auf der Basis haben wir dann wirklich jetzt auch die KI-Lösung entwickelt. Und bei uns untergliedert sich die KI-Phasen in zwei Phasen. Das heißt, die erste Phase, da geht es vor allem darum, dass wir sehr viele Unterstützungstoolings anbieten. Das heißt, ich verändere den Alltag des normalen Mitarbeiters dadurch, dass ich sehr viele KI-Assistenten habe, die mich in meinem Doing unterstützen. Zum Beispiel, also ich fange an, den Prozess zu modellieren. Früher musste ich den wirklich von scratch auf mit Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe und Verantwortlichkeit modellieren. Heute ist es so, das Unternehmen ist uns bekannt. Das haben wir im Modell drin. Das heißt, wir wissen ungefähr, welche Branche, wir wissen, welche Unternehmensgröße, wir wissen, welches Umfeld wir entsprechend haben. Aber wir haben jetzt keine weiteren spezifischen Informationen, weil, ganz wichtiger Punkt, Datenschutz und Value der Daten, darauf kommen wir gleich näher zu sprechen, der ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Mitarbeiter einen neuen Prozess modellieren möchte, dann muss ich nicht komplett bei Null anfangen, sondern ich gebe zum Beispiel an, jetzt möchte ich den Prozess Order-to-Cash oder einen neuen Preislisten-Prozess oder einen neuen Faktura-Prozess eben entsprechend modellieren. Und dadurch, dass wir den Kontext zumindest kennen, wird schon der Draft des Prozesses entwickelt. Und auch mit Aufgabenbeschreibung, mit IT-Systemen zum Beispiel. Und ich kann dann ausgehend von diesem Draft diesen Prozess eben fein schleifen. Also ich muss nicht mehr bei Null beginnen, ich fange zum Beispiel bei 60, 70 Prozent an oder manchmal auch 80 Prozent, das kommt nur noch der Feinschliff. Hängt immer von der Komplexität des Prozesses ab. Und daneben gibt es noch ganz viele kleinere Assistenten, die mir dann eben helfen, diesen Prozess auch zu optimieren und noch feiner zu justieren. Und dann eben auch Assistenten, die mir helfen, den Umgang mit den Nese, um dort Fragen zu stellen, wie ich was zum Beispiel noch schöner, effizienter eben gestalten kann. Das ist mal Phase 1. Phase 2 ist dann vor allem der Umgang mit den Daten und das ist ein ganz, ganz sensibler Punkt. Das heißt, hier verlassen wir diesen Punkt, dass wir eigentlich ein anonymes System haben und gehen dahin, wie wir es von JetGPT kennen, dass wir mit den Unternehmensdaten arbeiten. Das heißt, ab dem Zeitpunkt arbeiten wir wirklich mit den Prozessen, mit dem Wissen, mit den Handbüchern, die im System liegen und ändern damit eigentlich komplett das Erlebnis des Benutzers. Aber, um an diesen Punkt zu kommen, haben wir als Hersteller ganz viele Aufgaben und auch eine große Verantwortung. Wir müssen nämlich mit Private AI Cloud sicherstellen, dass wir einen Kontext schaffen, in dem die Daten des Kunden geschützt sind und in dem auch wirklich nichts an irgendwelche Anbieter rausgehen kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesem ganzen Thema. Was wir dort aber auch haben, ist zum Beispiel, dass ein Kunde hier nicht unsere AI Cloud verwendet, sondern die eigenen. Sie haben sehr häufig eigene Abkommen mit ihren AI Herstellern und können dann über Schnittstellen eben auch die Daten transferieren. Aber was ändert das jetzt maßgeblich im Nutzen, also in der Erfahrung, im Alltag entsprechend? Und das ist ein ganz, ganz großer Change, glaube ich. Das ist vielleicht sogar der Game Changer schlechthin. Weil ab dem Zeitpunkt arbeitet der Nutzer nicht mehr sehr statisch, indem er ins Prozessportal reingeht, sich über die Prozesse, kann zu seinen Prozessen navigiert und dort die Information rauszieht oder über die Suche. Sondern ab dem Zeitpunkt agieren wir wie in ChatGBT ein Stück weit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel aus dem Sales Team bin und mich im System dann eben einlogge, dann stelle ich einfach eine Frage, die ich habe. Und aus diesen Prozessen, aus diesen Aufgaben, aus all den Daten, wird mir die Antwort geliefert. Ganz praktisches Beispiel. Ich gehe als Sales Mitarbeiter ran und ich möchte ein Angebot für ein Produkt XY in einem gewissen Markt erstellen und weiß nicht, welche Verträge, welche Anhänge, Appendix ich hier entsprechend brauche. Ich frage das System. Und das System liefert mir dann in Sekundenschnelle genau die Verträge zurück, die ich für dieses Angebot, für dieses Produkt eben entsprechend brauche. Oder zum Beispiel auch, wenn ich dann dieses Angebot platziere, muss ich wissen, wer muss das Angebot zum Beispiel noch freigeben? Habe ich vielleicht gewisse Rabattstaffeln drin, die dann noch eben approved werden müssen? Und auch hier muss ich mich nicht durchhangen, sondern dadurch, dass wir die Prozesse und die Verantwortlichkeiten im System haben, kann ich die Frage stellen und das System liefert mir direkt die jeweilige Person raus, die dann eben dieses Angebot dann auch approven muss. Das heißt, das ist der komplette Change in dem Moment. Ich gehe weg von dem statischen Portal, in dem ich mich durchnavigiere, hin zu einem Portal, was mir einfach die Informationen als Mitarbeiter liefert. Und wenn man sich das mal überlegt, wenn ich ein Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern habe, ich muss die nicht mehr schulen auf dem Portal, ich muss nicht mehr sagen, was ist ein Prozessportal, was ist der Nutzen dahinter, sondern die gehen rein und erleben diesen Nutzen, indem sie einfach Fragen stellen und die Antworten bekommen, die sie vielleicht heute mühsam aus ganz, ganz unterschiedlichsten Stellen sich zusammensuchen müssen. Und das ist, glaube ich, der richtig große Change, der eben stattfinden wird. Und an dem wir jetzt aktuell arbeiten, der vor allem aber jetzt eben diese Arbeit des Datenschutzes und der Verantwortung der Daten eben umfasst, weil das eigentliche Doing, das können wir heute schon. Und deswegen sind wir da ganz gespannt drauf und freuen uns dann auch, wenn wir jetzt eben an diesem Punkt sind in den nächsten Monaten, wenn wir dann eben diese Features und diesen Game Changer auch zeigen dürfen. Ja, und wenn Sie sich selbst davon überzeugen möchten, tragen Sie sich auf unserer Webseite ein. Sie können unsere Software kostenlos testen und wir zeigen Ihnen auch, was das für Sie und Ihr Unternehmen bedeuten kann. Und abonnieren Sie diesen Kanal zu weiteren Themen zu BPN und GRC Software. Neugierig geworden? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine Live-Demo. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.